Nachdem Joru jahrelang keine wirkliche Daseinsberechtigung in der Mitte hatte, hat ihm sein Rework nun die verdiente Aufmerksamkeit gebracht, sodass er nun sogar teilweise auch im Pro-Play gespielt wird. Daher gehen wir im heutigen Agent-Guide auf die Fähigkeiten von Joru ein, welche starken Kombinationen und Tricks es gibt und wie sein Playstyle genau funktioniert. Starten wir also erstmal mit seinen Fähigkeiten, bevor wir dann auf die Kombinationen eingehen. Mit seiner Signature-Ability kann Joru ein Gate-Crash entweder nach vorne senden oder auf der Stelle platzieren. Der Gate-Crash kann dabei nur gehört und gesehen werden, wenn die Gegner nah genug an ihm dranstehen. Aktiviert ihr eure Fähigkeit dann erneut, teleportiert ihr euch zu der Lokation von eurem Gate-Crash. Alternativ könnt ihr jedoch auch mit F einen Fake-Teleport abspielen, wodurch nur der Sound abgespielt wird, auf dem Boden jedoch eine kleine Fütze bleibt, sodass man sehen kann, ob es ein Fake-Teleport war oder nicht. Seine Flash wirft er dabei nach vorne und sobald sie gegen eine Oberfläche kommt, prallt sie ab und flasht nach kurzer Zeit. Allerdings hat dies eine maximale Reichweite und fällt leicht ab mit der Distanz. Mit seinem Fake-Out lässt Joru einen identischen Klon von sich geradewegs nach vorne laufen, welcher sobald die Gegner auf ihn draufschießen, in die Richtung flasht, von der er angeschossen wurde. Alternativ kann Joru den Fake-Klon jedoch auch auf dem Boden platzieren und später dann auch mit F aktivieren, sodass er von dort aus dann losläuft. Und mit seiner Ultimate macht Joru sich nach einem kurzen Delay unsichtbar und läuft deutlich schneller. Allerdings kann er währenddessen nicht schießen, nur seine Fähigkeiten kann er währenddessen benutzen. Theoretisch sollten die Gegner dabei auch seine Schritte hören, so stand das zumindest in den Patch-Notes. Praktisch hat Riot das aber mal wieder vergessen. Dafür bekommen die Gegner aber an ihrem Rand visualisiert, wenn Joru in ihrer Line of Sight ist, was dafür nirgendswo stand. Das sind also Joros Fähigkeiten. Und das Schöne daran ist, dass man alle Fähigkeiten miteinander kombinieren kann und man damit verdammt viele Möglichkeiten hat. Ich zeige euch jetzt aber die besten fünf Kombinationen, damit ihr schon mal ein paar an der Hand habt. Der Klassiker ist natürlich den Teleport mit der Flash zu kombinieren. Bedeutet, ihr sendet euren Teleport nach vorne, werft eure Flash und teleportiert euch dann. Wodurch die Gegner nicht nur gefolge Flash sind, sondern ihr auch noch direkt neben ihnen steht. Natürlich könnt ihr aber auch von Zeit zu Zeit euren Fake-Teleport auch mal verwenden, sodass die Gegner sich zum Teleport drehen, ehe ihr sie doch von ganz woanders abschießt. Den Klon könnt ihr dabei natürlich auch gerne mal mit einer Flash kombinieren, denn auf höherem Niveau erkennen die Gegner auch gerne mal den Klon und schießen ihn nicht ab. Wenn ihr ihn jedoch mit einer Flash kombiniert, denken die Gegner da meistens nicht drüber nach und schießen nach einer Flash immer direkt auf das Erste, was sich bewegt. Ihr könnt aber auch hingehen und wie hier im Hintergrund euren Fake-Teleport mit eurem bereits vorher platzierten Klon kombinieren und dann beides aktivieren, um den Gegner eine falsche Position vorzugaukeln, was vor allem im 1 gegen 1 super stark ist, weil der Gegner einfach davon ausgeht, dass ihr von ganz woanders kommt. Oder ihr kombiniert euren Fake-Teleport mit eurem bereits platzierten Klon noch mit einer Flash, sodass wenn ihr den Fake-Teleport und euren Klon aktiviert, die Gegner denken, dass ihr euch dahin teleportiert habt und mit der Flash es auch auf jeden Fall so aussieht, so wie ich es hier beispielsweise mit der gegnerischen Jet gemacht habe und sie gar keine Chance mehr hatte und komplett verwirrt war, weil sie von vorne und von hinten geflasht wurde und dann auch von der dritten Seite abgeschossen wurde. Und natürlich könnt ihr diese ganzen Kombinationen auch in eurer Ultimate nutzen und am besten vor allem die Flash, um dann direkt aus der Ultimate rauszukommen und den gefullflashten Gegner zu killen. Die ganzen Kombinationen benötigen dabei natürlich viel Übung. Dafür habt ihr jedoch auch auf lange Sicht immer wieder was Neues zum Entdecken beziehungsweise zum Erlernen. Auch Kombinationen mit euren Teammates sind teilweise Gold wert. Beispielsweise könnt ihr mit eurer Ult, in der ihr ja auch unverwundbar seid, euren Sofa euch einfach bitten, euch zu ulten, insofern ihr neben den Gegnern steht. Das heißt, ihr rennt einfach permanent auf die Gegner zu und bittet eurem Sofa euch zu ulten und dadurch, dass er ja euch durch die Wände genau sehen kann, hat er im Endeffekt quasi einen Auto-Aim für seine Ultimate und ihr könnt somit relativ leicht Kills abholen. Oder ihr kombiniert euren Teleport, der auf Side ist, mit einer Breach, sodass ihr deutlich schneller dort seid, wo die gestunnten Gegner sind. Als Joghuch habt ihr dabei tatsächlich super viel Potenzial und je mehr Spiele ihr spielt, desto mehr Möglichkeiten werdet ihr haben, was euch einfach unberechenbar werden lässt. Ihr könnt sogar, wenn ihr die Gegner komplett an der Nase herumführen wollt, auch als letzten Trick, auch einfach mal selbst zu tun, als werdet ihr die Klonen und geradeaus auf den Spot laufen, in der Hoffnung, dass sie euch nicht abschießen und dann am Ende auf einmal auspacken. Allerdings solltet ihr dabei im Kopf haben, dass euer Klon den Gegnern nicht auf der Minimap angezeigt wird. Bedeutet, wenn sie schlau genug sind, könnt ihr herausfinden, ob ihr das seid oder eben der Klon. Kommen wir damit jetzt also noch zu Joros Playstyle, welcher sehr besonders ist, da er so vielseitig ist. Joro kann mit seinem Kit nämlich entweder als Duelist Raum schaffen, indem er mit seinem Klon auf Side pusht oder mit dem Gatecrash Backside teleportiert, aber auch als Lurker kann er super stark sein oder um eben schnell Info reinzuholen, wie beispielsweise mit der Ultimate. Ihr könnt auch mit eurem Klon, wenn ihr es geschickt anstellt, auch einfach mal eine Side faken, so wie wir es hier beispielsweise auf Breeze gemacht haben. Nachdem wir nämlich mehr Runden in Folge auf A gepusht sind mit der Viper Wall und dem Joro-Klon direkt am Anfang, konnten wir mit der Viper Wall und dem Klon den perfekten Fake-Shun initiieren und absolut entspannt auf B planten. Und wenn das Ganze nicht reichen sollte und ihr noch ein bisschen mehr Druck machen wollt, dann könnt ihr natürlich auch in der Kaufphase euren Teleport Richtung B senden und am Anfang der Runde noch ein bisschen vor A rumschießen, eine Flash werfen oder eventuell noch was anderes machen und dann mit eurem Teleport schwuppdiwupp auf die andere Seite der Map kommen, was natürlich auch super stark ist, denn mit eurem Teleport habt ihr auch die Möglichkeit, super schnell zu rotieren. Wenn ihr also wisst, dass die Gegner relativ oft auf einen Spot gepusht kommen, ihr aber gerade auf dem anderen Spot spielt, dann schickt einfach euren Teleporter am Anfang der Runde rüber und ihr könnt innerhalb von einem Schnips teleportieren. Im Pro-Play wird Joro dabei vor allem auf Bind gespielt, da er eben das größte Potenzial hat. Ihr könnt beispielsweise innerhalb von den ersten 5 Sekunden Info über B lang und Bart bekommen und einfach wieder zurück tippen. Und vor allem könnt ihr auf Bind mit den Teleportern die Gegner ganz schön verarschen. Der Klassiker ist dabei, dass ihr euren Klon erstmal ein paar Runden vom A-Spot aus eben durch den Teleporter laufen lasst, in Hooker rein und die Gegner darauf meistens draufschießen, sodass ihr einfach Info bekommt, was schon mal super stark ist, weil wenn man da nicht draufschießen würde, dann könnte es kritisch werden in den nächsten Runden. Bedeutet, wenn sie das nicht tun, könnt auch ihr einfach mal geradeaus durch den Teleporter durchlaufen, mit einer Shotgun, mit einer Spectre oder eben mit einer Phantom oder Vandal und die Gegner dann einfach abschießen, wenn sie euch angucken und nicht abschießen. Was aber eher ein seltener Fall ist, deswegen macht man es dann meistens so, dass man selber durch den Teleport läuft mit dem Klon, den man gleich platzieren möchte, in der Hand und sobald man den Teleport benutzt hat, platziert man den Klon, läuft zur Seite und wartet, bis die Gegner gedacht haben, oh, das war nur der Klon. Und genau in dem Moment kommt ihr rum und schießt sie ab. Ihr könnt natürlich auch ein Weilchen in dem Teleporter bleiben und wartet, bis eure Mates sagen, ja, die kommen jetzt Huka oder ja, sie sind jetzt vor Bart, aber damit habt ihr einfach nochmal einen kleinen Überraschungseffekt auf eurer Seite. Und natürlich könnt ihr vorher auch noch euren Teleport außerhalb des Teleporters, also euren eigenen Teleport, platzieren, um da wieder rauszukommen. Das heißt, ihr habt mit den Teleports und Juru auf beiden einfach super viel Potenzial. Und auch als Entry-Frager kann Juru eben sehr praktisch sein, indem er seinen Teleport mit einer Fläche kombiniert und damit Raum schafft. Das ist ja auch das, was Jetsu besonders macht, indem sie nach vorne dasht und diesen Raum schafft, in dem das Team auf den Spot pushen kann. Und so ähnlich ist es bei Juru eben auch, nur dass er teilweise sogar bis Backside teleportieren kann, was eben auch sehr stark sein kann. Mit Juru habt ihr daher also einen Agenten an eurer Seite, der euch für kreative Outplays belohnt und die Gegner verwirrt, sodass sie teilweise sehr unsicher werden, was super stark ist. Denn das Team, was mehr confident ist, gefällt meistens auch das Game. Und selbst im Pro-Play sorgt Juru teilweise für Verwirrung. Damit soll es das für Juru allerdings erstmal gewesen sein. Wenn ihr mehr Guides rund um Valorant nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, was mich sehr freuen würde, da wir kurz vor den 20.000 Abonnenten stehen. Ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.